Hallo und willkommen hier ausnahmsweise mal mitten im Spiel, da ich vergessen habe rauszugehen, ähm, ja, bei einer neuen Aufnahme von Agrarian Skies. Äh, ja, Florimars ist hier wieder, unser stiller Zuhörer ist jetzt auch weg. Und, genau, ich will mich jetzt darum kümmern, dass die Mobs vernünftig getötet werden. Das heißt, ich brauche Itemdukte. Die Einfachen, das heißt Zinn und Lied, davon sollten wir noch einen Haufen haben, oder? Äh, müssten wir eigentlich. Wir haben es ja gar nicht mal benutzt. Und Lied. So, dann brauche ich mir einfach erstmal einen Stack, das sollte reichen. Und ich habe eine Goldhose. So, dann 15 Fässer. Da können wir jetzt so schön questen jetzt, weil wir einfach Sachen bekommen, die wir so geil jetzt haben. Mit dem Opfern. Äh, ja, vor allem die dauerhaften Quests wegen Zombies haben wir jetzt auch immer. Oder wartet, zählt das dazu? Ja, doch, eigentlich müsste es ja dazu zählen. Ja, wir können einen abgeben. Wir können einmal Zombies töten abgeben. Ja, klar, das ist immer eine Quest, die wir wiederholen können. Ja, im Endeffekt können wir die jetzt zig Milliarden Mal wiederholen, bis auf die Last. Ja, haben wir unendlich Herzen später zum Schluss. Ja. So, jetzt ist nur die Frage, wie ich hier die Fässer aufbauen möchte. Weißt du zufällig, wie viele Sachen es gibt? Sachen. Items meinst du? Ja, Monster-Trop mäßig. Fünf, sechs, sieben. Acht, acht. Weil ich würde die dann... Aber mit, äh, nee, mach das lieber mit Kisten. Warum nur mit Kisten? Die Bögen sollen hier gar nicht rein, die Bögen sollen am Ende in die Kiste rein. Ach so. Genauso wie Rüstung und so weiter. Nur, dass der grobe Kram erstmal weg ist. Ja, klar. Aber wir hier ein bisschen schlachten. Ähm, ja. Acht Stück, sagtest du. Das heißt, das müsste jetzt so hier reichen. Wir haben einen excellent Sound-Muffling eingestellt, dass das dann eben ein bisschen... Ja, das war eben recht laut. Deswegen bin ich wundern, dass hier kein Abbau-Sound ist oder so. Minecraft-Sound ist schon noch existent. Ja, ich werde von so einem Zombie rumbacken. Ja. Ähm. Ich bin halt jetzt die Fresse. Ja, sonst warte mal mit dem Abschlachten. Ich brauche jetzt neun, äh, Dinger hier. Ja, und dann kommen natürlich noch Rüstungen dazu, die jemand so manchmal drücken kann. Ja, ich will da eine vernünftig große Truhe reinpacken. Äh, drei Eisen plus ein Silber. So, ich baue jetzt für uns mal den Crescent Hammer. Gut, dann war das Zinn. Genau. So, ich habe jetzt den Crescent Hammer mal gebaut. Sag eins oder zwei? Äh, zwei. Den bin ich immer gespannt, dass wir jetzt bekommen. Neun. Wo ist das? Und ich brauche noch mehr Eisen. Das Kram sollte hier langsam auch durch sein, ja. Haben wir noch irgendwo Glas? Ich brauche neun Glas. Äh, ich könnte was brennen gehen, wenn wir noch ein bisschen Sand haben. Äh, ne, hier ist sogar noch Glas. Ja, ich brenne trotzdem was durch. Äh, ja, mach das. Und haue ansonsten mal... Kann man ja später noch gebrauchen. Läuft die Anlage hier noch? Ne, nämlich nicht. Äh, hauen wir da einfach mal... Weitere Tanks, weil irgendwann wird unser Tank hier voll sein, wenn wir das planen, was wir vorhaben. Äh, dann kommt da eh noch ein größerer Tank hin. Na klar. Deswegen brauchen wir eh Glas, also deswegen hab ich's extra schon... Gute. Genau. Genau deswegen hast du das natürlich gemacht. Ja, deswegen. Ja, nicht einfach nur so. Ach, Mann. Hä? Wie geht denn der Pneumatik-Type nochmal? Äh, eine Servo-Möbel. Wow. Wir haben ne Kaktus-Axt bekommen. Ein sehr gutes Item, muss ich sagen. Beste Axt ever. Die ist nämlich... Gut wie Papier. Doch so gut. Ja, darf ich die runterwerfen? Pff, Mann, toll. Warten, was bringen die denn? Vielleicht Abbau-Level oder so, das wäre mal nett. Mining-Level Stone. Unsere jetzige ist... Kopf... Copper ist besser als Stone. Dann können die weg. Wie ist Kaktus-Axt? Ich mag dich nicht. Ein unnötiges Item. Weee. So, Arrow, Bone, String, Gunpowder, das, das. Äh, ich hab jetzt sechs Sachen. Was sind nur die sechs Sachen? Ja, sechs verschiedene Items. Ja, komm noch mehr. Ender-Pen muss noch mit zurechnen. Pfeile. Ja. So, äh, also für die, die das hier noch nicht kennen, was ich hier gerade mache. Äh, im Endeffekt baue ich hier gerade ein... Tube-System auf, dass so gesehen, äh, alles, was hier reinkommt, wird zugesortiert. Äh, das heißt hier, die verschiedenen Items setze ich auf Whitelist, dass nur die hier reinkommen. Und das sind halt die bevorzugten Wege. Und ganz am Ende setze ich da noch eine Kiste hin. Da müssen wir... Da kommt der Rest rein. Genau, können wir eigentlich Diamond-Kisten und so weiter machen? Kann man. Äh, kannst du ganz kurz mitkommen, weil ich will jetzt gerade dieses besondere Safari-Netz benutzen. Äh, ja, gleich. Ich will eben kurz, äh, zumindest eine Gold-Kiste da schon mal hinstellen. Hi! Hi, Creeper. War ja mal wieder klasse, wie wir so ein Glück haben. Hä, was? Ist da ein Creeper rausgekommen? Ja, guck doch mal. Achso. Zeldo? Soll das eine Anspielung sein? Ich weiß es nicht. Also bei Sky Factory hätte ich mir das denken können. Kurze Frage, wann haben wir angefangen? Können wir jetzt nachher gleich nachgucken? Meine Güte. Ja. Wir sind mal nicht 25. Sechs Minuten lang. Okay. Soll ich den töten, den Zeldo? Äh. Ah, Zeldo. Ja, mach mal. Na ja, er hat was Gutes gedroppt. Na? Und was Rotes, was ich grad nicht aufnehmen kann. Zel des Rubi-Zippers. Okay. Was ist das? Hahaha. Rubin-Schur. Das ist wirklich gut. Hm. Jetzt hab ich Rote Schur. So, jetzt sollte normalerweise hier alles einsortiert werden. Ach ne. Ach, der sammelt sogar XP ein? Sammelt alles. Das ist richtig geil, der Ding. Verdien. Und warum dropp ich denn immer hier, wenn ich vorbei renne, so ein Dreck? Und wir haben noch einen Unsichtbarkeits-Potion bekommen. Okay. Können wir jetzt unsichtbar rum, Leute rumtrollen. Wow, sinnvoll. Lohnt sich. Hm. Ich versteh grad nicht so wirklich. Warum das jetzt nicht funktioniert? Ah, jetzt funktioniert es. Ah, jetzt funktioniert es. Okay, die haben das Spiel jetzt ein bisschen schwerer gemacht, weil damals kommt man Pfeil einfach zusammenkauft und da hat man nämlich ein Wundspawn-Ei bekommen. Aber jetzt ist es ein bisschen schwieriger, die Quest. Okay. Und Blutmagie können wir nicht machen, oder müssen wir mal austesten, ob wir es machen können. Ja, so. Ähm. Ja, jetzt ist die große Frage. Wie wir das mit dem Töten machen. Der Grinder braucht dauerhaft Strom. Ähm. Was für Generatoren haben wir dann? Ähm. Vielleicht der TNT-Generator? Bei Magma-Generator müssen wir dauerhaft in Lava hin transportieren. Ja, wenn wir das aber mit denen zusammen mit denen hier Crucible machen. Also willst du da extra einen Crucible nur für das Ding aufstellen? Keine Ahnung. Wir haben aber noch einen tragbaren Trank. Also wir können ja erstmal schon mal den tragbaren Trank benutzen. Ja, gut, dann mache ich, äh, einen Lava-Generator. Äh, Gold, Eisenblock, Ofen und ein bisschen Redstone. Boah, ey, wie das momentan gerade leckt. Ja, leckt ein bisschen doll. Gibt halt an den Monster, die wir da haben, weil das sieht echt übertrieben aus. Hm, ich glaube aber nicht, dass das nur daran liegt. Der Server leckt auch schon die ganze Zeit so ein bisschen. So, den Lava-Generator habe ich. Und jetzt brauche ich einen Grinder. Oder war das ein Slotterhaus? Was war denn das? War das ein Grinder oder Slotterhaus? Ich weiß gerade nicht, was du meinst, tut mir leid. Einen Grinder wolltest du bauen. Also habe ich gehört, dass du einen Grinder bauen wolltest. Ja, ich komme mit den beiden immer auseinander. Und die sind ein bisschen teuer und aufwendig, als dass ich die verwechsel. Grinder? Wie komme ich aufs Slotterhaus? Ich glaube, Slotterhaus war das. Wie, der sagt aber Grinder. Ja. Keine Ahnung, wer von euch recht hat. Ich habe mit sowas nicht gearbeitet. Warte mal, haben wir noch Inva? 15. Das könnte sogar noch reichen. Maschinenframe. Bisschen Gold. Bisschen Redstone. Ich gehe zum schnellen Quest dran, deswegen beeile ich mich gerade hier ein bisschen. Ähm. Dann Plastik. Ja, Plastik bin ich gerade her. Bin ich gerade herstellen. Äh, wofür dann? Für ne Quest. Wir müssen Plastik herstellen, ist ne Quest. Achso, ja, dann mach mal bitte Plastik-Sheets fertig. Plastik-Sheets? Du musst Plastik-Folien, meinst du? Ja. Ja, du hast ja auf Deutsch. Da, wo man vier Plastik zusammenpacken muss. Ja, klar, okay. Ja, klar. Muss ich auch machen, das ist meine Quest. Okay. Oh. Was denn? Ähm. Ja. Hahaha. Die Kiste war gerade voll. Ähm. Ryan, da gibt Items und Mobisans. Sagt der liebe Bele. Ja, musst du wischen halt. Bett. No, es kommt Bett. Mach ich. Mach ich hin. Ja. Ja. Ja, toll. Eine müsste noch leften. Ja. Oder Hex geht. Okay. Ja, mit Chris-I-Kiss. Boah, schon wieder so ein blödes Teil hier. Das Ding, das ist wirklich fast voll. Das trappt nochmal, wie viel das verarbeitet. Hier Plastik-Folien. Gut, zwei Stück brauche ich. Ja, ich gebe dir vier. Kannst du nichts weiter davon herstellen. Hm, nee, ich will nur einen bauen. Komm, ich verlasse mich auf Bele. Ich will mit Z1 mal. Fack ich mal nicht, nachher zack ich einfach 1. In-Warschwert. Ah, brauche ich noch Sticks für. Die ganzen Bögen, ey, Leute. Hä, was? Ob so viel Scheiße. Ach so. So. Ähm. Zingears. Boah. Nein, das mache ich nicht. Das ist böse. Was? Bubi, guck mal, ich habe ein Herz. Oh, soll ich das essen? Ja, hast du einen Tod. Das fehlt als Tod. Alter, ein Milch leckt das echt doch schon gewaltig. Ja, wir sollten mal langsam da hinten was tun. Ja, sonst kannst du nur mal wieder hingehen und die töten. Ja, ich kann, wenn ich die töte, spawnen sofort direkt welche nach. Hä, die spawnen so oder so nach. Ist egal, ob du die tötest oder nicht. So, und ich brauche zwei Bücher. Ja, ich töte die zwar aus, bringt das? Ähm. Oh Gott, ich muss hier was essen. Ich brauche zwei Bücher. Und ich brauche Essen. Dann sterbe ich. Ähm. Ja, aber das ist doch unnormal. Was soll ich denn da machen? Du kannst da nichts machen. Das ist einfach so. Wollen wir erst mal die Gegner runterschubsen, dass die erst mal runterfallen, Alter. Wenn du wollt. Ja, versuch einfach unter den, äh, den Boden wegzukloppen. Kann man halt machen. Das ist so ziemlich das Einzige, was wir jetzt so spontan machen können. Hui, 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 hui. Ähm. Ähm, dann brauche ich ein String, zwei Stück. Und ein bisschen Papier. Tschüss. Hast du es geschafft? Toll. Ja, klar. Wir haben es ja auch richtig gut gebaut. Danke. Ja, okay, du hast es besser gebaut. Aber jetzt habe ich den Item-Duct kaputt genommen. Äh, diesen, nicht Item-Duct. Hä? Ach. Die habe ich vergessen. Das ist halt erst mal alle runter. Das Ding. Und wenn ich den jetzt hier hinstelle... Das. So, der Grinder ist auch fertig. Der Lava-Generator auch. Einzige Problem ist halt nur, wir müssen irgendwie den Hopper und den Grinder parallel irgendwie anschließen. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen... Hallöchen Monster. Alter, wie mies. Ich finde das voll geil. Ja, vor allem ist das mies. Für die Monster, ja. Für mich, nein. Und das ist noch mieser, dass du so denkst. So. Was spawnen die da oben? Selbst schuld. Sollen sie woanders spawnen? So, jetzt kannst du wieder zubauen. Sofern du mir Lava hinbringst. Der Lava, den Lava-Tank. Kann man den abbauen und bekommt man die ganze Lava da drin oder nicht? Nein, den muss ich mir dann wahrscheinlich mit der Wrench dann abbauen. Äh, hallo? Ja? Ich glaube, das Sound-Muffler ist weg. Ach ne, das dauert nur eine ganze Zeit. So. Oh, das ist echt schön. Das ist... Das ist Meisterwerk. Ja, machst du das dann wieder zu? Wie soll ich das jetzt nach deiner Meinung machen? Kobbel. Leck mich. Oh. Ja, was denn? Ich muss schon wieder anfangen. Was, dann machen wir noch drei Minuten. Ernsthaft? Ist es schon wieder um? Ja. Verdammt. Naja, gut. Dann müssten wir gleich ein bisschen was vorbereiten. Voll Angst. Die, die nicht sprücken hier. Ah, so schnell töten die dich nicht. Fertig. Dann geh bitte weg. Wer will sie töten? Alter, frisst du die ganze Lava. Da passen 4.000 Lava rein. Da ist 4.000 Lava drin. Du hast den gerade bekommen, oder? Äh. Wird das hier mehr, oder nicht? Achte mal bitte mit drauf. Naja, bitte komm. Hab ich nicht gekommen. Ja. Achte mal bitte mit drauf, ob das hier mehr wird. Die Fässer. Wir müssen erstmal was töten. Ah, der tötet dich automatisch. Ah lol. Das war doch Sinn und Zweck des Grinders. Aber wer, ja, wo ist denn der? Achso, da ist der dran. Okay. Äh, hier ist aber nicht grün. Rot. Warum leuchtet das hier rot und da nicht? Egal. Weil ich hier nicht auf Redstone, äh, Input gestellt habe. Aber es klappt scheinbar und energiemäßig. Und was, das kommt auch. Gut, Mob Essence müssen wir mal gucken, ob wir die dann auch irgendwann noch abpumpen oder so. Der verbraucht aber ganz schön Energie eigentlich. Ja, unten hier drin ist ja noch was drinnen, Lava. Hier drinnen. Ja, also der hat kaum was verbraucht bis jetzt. Ja, lass mal. Äh, ist echt gut, Mann. Wir haben nur automatische Mobfarm, ja. Ja, läuft sogar ein Band frei. Selbst die Fässer hier gehen alle voll. Passt. Jetzt haben wir was geschafft. Jetzt können wir sterben. Gut zuerst, bitte. Damit du nicht hinterher springst, oder was? Nee, nee, nee. Du bist der Erste, der von uns beiden stirbt. So. Ja gut. Wie lange haben wir jetzt noch? Eine Minütchen. Machen wir noch eine Kiste, schnell. Einen zusammen. Welche dann? Oh, das können wir nicht machen. Ich schmeiß jetzt einfach mal alles rein. Ja, auch mal hab ich den Braustand an. Ja, wir müssen das bauen. Das, was wir nicht haben. Ähm. Ich hab jetzt einfach mal alles da reingeschmissen. Ich hab jetzt keine Lust zu sortieren. So, was kann hiervon denn jetzt raus? So, wahrscheinlich hört man jetzt einfach nur mal eine Maus hämmern. Ist halt so. So, die würde ich hier wegmachen. Ähm. Ja, wir bauen jetzt ein Taumonomikon. Damit willst du anfangen? Nein, wir haben keinen Nieder, ne? Ja, dann lassen wir den Scheiß. Dann lassen wir's. Okay. So, warte. Dann war das die Folge für heute. Warte, 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 warte. Und der Tobi sagt, warte. Und ich bin schon mal runter von Server. Gut. So. Und ich würde sagen, nächstes Mal und... Ciao, ciao.